Sehr geehrter Herr Bundesrat, lieber Kaspar Villiger, lieber Wolfgang Gerhard, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Schweiz steht nun am Punkt, die Früchte ihres beharrlichen Zusammenhaltens zu ernten. In diesen Vorgängen liegen große Lehren für Deutschland, von dem der Bund der Eidgenossen nur ein verkleinertes Spiegelbild ist. Vielleicht stutzen Sie etwas über die beiden Sätze, die ich Ihnen so unvermittelt zugerufen habe, aber es ist ja ein bekannter Topos. Die Schweiz, ein Land, das seine Früchte erntet, ein Land, auf das man mit Bewunderung, vielleicht auch Verwunderung blickt, ein Land, das man offenbar auch nicht so richtig kennt. Ich will die Herkunft preisgeben. Das Zitat entstammt der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 10. März 1848. Es waren die guten Empfehlungen an die Arbeiten der Nationalversammlung, die hier unter dem Bild vor der Orgel einer mit zerbrochenen Fesseln, Ölzweig und Schwert bewährten, in die ferne blickenden Germania in der Paulskirche tagten. Es war eine Aufforderung an diesem noch im Wagen liegenden Nationalstaat, den Blick, den Süden zu richten, auf ein Land, das gerade in seiner Staatlichkeit neu geschaffen wurde. In knappen 51 Tagen war damals die noch gültige Bundesverfassung, war die moderne Schweiz, nach einem kurzen Bürgerkrieg entstanden. Es ist wenig bewusst, diese schweizerische Bundesverfassung übte neben der amerikanischen bis in einzelne Formulierungen hinein eine große Faszination und beträchtlichen Einfluss auf die Paulskirchenversammlung aus. Konzepte zur föderalen Kompetenzhoheit der Gliedstaaten, zu Außenbeziehungen und Heerwesen fanden ihre wörtliche Übernahme in den Entwurf der Reichsverfassung. Sogar die Institution eines den Staat lenkenden Direktoriums, analog dem Schweizerischen Bundesrat, wurde in diesem Raum diskutiert. Allerdings, so die Interpretation eines späteren, auch sonst zweifelhaften Historikers, habe man von dieser Regierungsform abgesehen, da, ich zitiere, der deutsche Kollektiven gegenüber eher misstrauisch sei. Nun ja. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch eine zweite Vorbemerkung. Keine Sorge, es geht jetzt nicht um kontrafaktische Spekulationen. Im Gegenteil ist Ort und Anlass geschuldet, den Blick kurz auf die Entstehung der heutigen Schweiz als einem Produkt des Liberalismus zu richten. Denn Tell und den Mythen Moorgartens zum Trotz die moderne Schweiz mit ihren politischen Institutionen, ihren Checks and Balances, ihrem eigenartigen Regierungssystem. Diese Schweiz, die man vielleicht ein bisschen lieben muss, um sie zu verstehen, ist das legitime und vor allem das überlebende Kind der liberalen Bewegung von 1848. Sie ist das geglückte Realexperiment. Und es waren Liberale, auch hier Radikale und Demokraten, die in der Gemengelage des der politischen Kraftfelder, des Freiheitlichen, des Genossenschaftlichen und Pluralistischen, wie es unser Preisträger umschreibt, den republikanischen schweizerischen Bundesstaat schufen. Es waren Liberale, die ihn zum Zufluchtsort vieler Männer der Paulskirche machten. Und es waren nebenbei bemerkt auch radikal-liberale Montagnars, die sogar als einzige damals der preußischen Krone einen bleibenden Territorialverlust zufügten, nämlich das Fürstentum Neuenburg. Es war die Partei des Schweizer Freisinns, welch schöner Name, der es 1894 gelang, die liberalen Strömungen zu einen. Zur gleichen Zeit, notabene, in der die deutschen Liberalen zersplitterten und erst 1918, so viel Referenz an Friedrich Naumann muss sein, in der DDP wieder zusammenfanden. Der Schweizer Freisinn dagegen prägte den Staat unangefochten als dominierende, staatstragende Kraft. Das heißt, bürgerliche und wirtschaftliche Freiheiten, Föderalismus, Minderheitenschutz, aber auch die in der Folge entwickelten Formen der direkten Demokratie, 1874, Gesetzesreferendum, 1891, Verfassungsinitiative, die heute das Außenbild, aber auch das Selbstverständnis der Schweizer Demokratie ausmachen, sind allesamt Produkte dieser liberalen Epoche. Der Liberalismus, so formuliert das historische Lexikon der Schweiz, prägte ab 1830 die schweizerische Gesellschaft. Nach 1945 nahm er wieder eine führende Rolle ein, die er auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts innehat. Die Schweizer Liberalen, liebe Nicola Beer, sind wohl die einzige Partei Europas, die seit 168 Jahren ununterbrochen Regierungsverantwortung trägt. Welch einzigartige Situation. Der europäische Liberalismus ist wahrhaft vielfältig. In der Schweiz hat er die Institutionen und Mechanismen des Regierungssystems geschaffen, geprägt und weiterentwickelt. Er hat die Schweiz zu dem gemacht, was mir, ein prominenter und heute ungenannt bleibender deutscher Sozialdemokrat einmal im Vertrauen sagte, zum bestregierten Land der Welt. Über die Hoffnungen der Paulskirche dagegen ist die Zeit hinweggegangen. Unsere März-Revolution, schrieb damals Karl August Farnhagen verbittert, an den Luzerner Philosophen Ignaz Vital Troxler, den Mann, der mit seinem Vorschlag des föderalistischen Zweikammersystems einer der wichtigsten Geburtshelfer der Bundesverfassung war. Unsere März-Revolution ließ alles in aller Macht. Nicht eine Behörde im Land wurde geändert. Und von den Berlinern wissen wir ja, was als einzige Errungenschaft übrig blieb, nämlich, dass nun auf der Straße geraucht werden durfte. Sogar im Tiergarten. Und Ignaz Troxler und das Rauchen führen mich nun zu unserem Preisträger. Meine Damen und Herren, das ungewohnte politische System, der Status außerhalb der EU und die im Vergleich zu allen übrigen acht Nachbarländern geschichtlich am wenigsten belastete Beziehung bringen Schweizer Politik selten in den Fokus deutscher Öffentlichkeit. Am ehesten im Umfeld besonders umstrittener oder spektakulärer Volksentscheide liest man in der deutschen Presse von den Eidgenossen oder von der Alpenrepublik und fragt sich manchmal, wie das genau zu verstehen sei. Gerade darum ist der Jury so sehr zu danken und ist sie zu beglückwünschen, dass sie einmal mehr den Blick über den Tellerrand gewagt hat und heute mit Kaspar Villiger eine Persönlichkeit, eine Verkörperung des autochtonen Schweizer Liberalismus, dessen Bedeutung ich eingangs zu skizzieren versuchte, auszeichnet. Man hätte sich niemand Besseren wünschen können. Kaspar Villiger, ich sage das hier mit Überzeugung, ist der bedeutendste liberale Staatsmann, den die Schweiz in den vergangenen 30 Jahren hervorgebracht hat. Ich weiß, mit den Superlativen ist das in der Schweiz so eine Sache. Bloß keine Lobhudelei. Die unverrückbare Maxime Schweizer Magistraten lautet Servir et disparait. Es gilt, zumal in der an Konkordanz orientierten Politik in einer Kollegialbehörde hohe Leistung und Popularität stets innerhalb einer Bandbreite zu halten, die Bodenhaftung garantiert. Exzellenz blüht immer unter dem Schutz des Understatements, wenn wer zu weit über seine Peers hinausragt, läuft rasch Gefahr, suspekt zu werden. Da trägt die liberale Schweiz ganz egalitäre Züge. Nur ganz wenige bleiben in diesem Land eine so unbestrittene, anerkannte Autorität wie Kaspar Villiger und das will etwas heißen. In einer Laudatio darf man loben und dazu gibt es reichlich Grund. Meine Damen und Herren, wer einen Politiker preist, muss sein Werden und Wirken darstellen, muss das Faktische zeigen. Lassen Sie mich Ihnen also den Träger des Freiheitspreises 2016 näher vorstellen. Kaspar Villiger ist Luzerner, entstammt also eigentlich der traditionell katholisch-konservativ geprägten Zentralschweiz. Allerdings liegt das heimische Pfeffikon hart an der Grenze zum Aargau in einer ländlichen Gegend, die wegen des verbreiteten Tabakanbaus auch den Namen Stumpenland trägt. Er wird in eine liberale Familie unternehmerischer Männer und Frauen, ja auch Frauen, hineingeboren, die in zweiter Generation die Zigarrenfabrik Villiger führt. Nach dem Besuch der alten Kantonsschule Aarau, der gleichen übrigens in der einstmals auch Albert Einstein sein Abitur nachholte, entscheidet sich Villiger für ein Studium des Maschinenbaus an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule, das er 1966 mit einer Arbeit über Nukleartechnik abschließt. Dabei, so in einem frühen Porträt, sei es weniger die Technik an sich als vielmehr der intellektuelle Reiz der dahinterstehenden mathematischen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten gewesen, der ihn faszinierte. Das lässt sich nachvollziehen. Diese Neugier auf dem Weg der empirisystemische Zusammenhänge in einem an Naturwissenschaften geschärften Denken zu ergründen, zieht sich wie ein roter Faden durch Villigers Reden und politische Schriften. Er ist ein Analytiker. Auf der Suche nach der inneren Mechanik politischer Prozesse, der konzeptionellen Ausrichtung von Institutionen mit dem Ziel, den handelnden Individuen den richtigen und vor allem nicht die falschen Anreize zu setzen, kombiniert er praktische politische Erfahrung mit den Erkenntnissen moderner Verhaltensökonomie. Welche demokratischen Strukturen, welche politischen Institutionen machen eine Gesellschaft, einen Staat erfolgreich? Und nicht nur Institutionen, sondern vor allem welche politische Kultur? Wie bei den Feineinstellungen eines Regelkreislaufs weiß er, dass kleine Abweichungen im institutionellen Gefüge erhebliche Auswirkungen haben und über das Erblühen oder den Niedergang staatlicher Gebilde entscheiden können oder auch supranational. Natürlich ist Villiger ein überzeugter Anhänger der direkten Demokratie der Schweiz. Was hätten Sie anders von einem Schweizer Bundesrat erwartet? Sie ist in seinen staatspolitischen Essays häufig der Angelpunkt jenes filigranen Zusammenspiels, das eine ganze Kaskade von Veränderungen nach sich zieht, in denen sich Plebiszitäre von parlamentarischen Demokratien grundlegend unterscheiden. Volksabstimmungen vermitteln immer eine hohe politische Legitimität und können, man sieht das zurzeit ja, immer auch gewisse leicht Kalamitäten auslösen. Deshalb, Villiger erklärt dies klar, verändert in einer direkten Demokratie das permanente Damoklesschwert eines möglichen Referendums, den gesamten Gesetzgebungsprozess. Die Ergebnisse müssen letztlich immer an der Urne potenziell mehrheitsfähig sein. Und unter diesem Druck hat die Schweiz das Modell der Konkordanzdemokratie entwickelt, in der die Parteien keine Koalitionen bilden, sondern mit hohem Anspruch an Konsensfähigkeit gezwungen sind, mehrheitsfähige Ergebnisse zu erarbeiten. Man kann keine Neuwahlen erzwingen. Im Gegenteil, das Nebeneinander von regelmäßigen Sachabstimmungen und Wahlen führt letztlich dazu, dass letztere weniger bedeutsam werden. Neue Impulse aus der Zivilgesellschaft finden über Initiativen, nicht über Parteien den Weg in die öffentliche Debatte. Andererseits darf die Niederlage in einer Volksabstimmung weder Parlament noch Regierung destabilisieren. Die plebiszitäre Entscheidung, den Entscheid, wie man in der Schweiz in der starken Form sagt, nimmt man zur Kenntnis und geht an die Arbeit. Nicht in den Wahlkampf oder an die 345. Montagsdemo auf dem Schlossplatz. Die Bedeutung solcher Zusammenhänge macht Philiger in seinen Analysen genauso bewusst, wie die Tatsache, dass die Angst vor Volksentscheiden genauso alt ist, wie ihre mythische Verklärung. Vor allem zeigt er, dass die direkte Demokratie niemals als singuläre Maßnahme, quasi als Magic Bullet taugt. Dies sei denen hierzulande zur Lektüre empfohlen, die zurzeit mit den Forderungen nach einer reinen Verweigerungs- oder Denkzettel- oder Majorisierungsplebisziten Radau machen und dabei häufig irreführend den Zusatz nach Schweizer Vorbild im Munde führen. Sie haben es nicht verstanden. In seinen politischen Analysen formuliert Philiger, ganz Ingenieur, sachlich klar, enumeriert gerne Problemfelder und logisch abgeleitete Lösungsstrategien. Ja, in der Form ist es stets, wie die NZZ einmal feststellte, eher die protestantische Nüchternheit, die ihn auszeichnet als opulent barockes Lebensgefühl der katholischen Innerschweiz. Im Inneren aber brennt spürbare Leidenschaft. Die Leidenschaft des Liberalen für die Freiheit, für Selbstverantwortung, für das selbstverständliche staatsbürgerschaftliche Engagement. Eine Willensnation muss wollen, ruft er seinen Mitbürgern im irritierenden Pleonasmus ins Gewissen und es ist Zeit für eine liberale Konterrevolution. Leidenschaft pflegt er auch im sprachlichen Ausdruck. Für das präzise, das träfe, das heißt das trockenhumorvoll treffende Wort. Während seines polytechnischen Studiums hört er mit Begeisterung Literaturgeschichte bei Karl Schmid, dem Germanisten und wirkungsmächtigen liberalen Intellektuellen und dies ebenso wie die Jugendfreundschaft zum Schriftsteller Hermann Burger, dem mit den Brenner Romanen sogar ein literarischer Zugang zu Kaspar Villiger zu verdanken ist, reflektiert seine Vielseitigkeit, sein breites Interesse und den weiten Bildungshorizont. 1966, nach dem unerwarteten Tod des Vaters, weist das Schicksal den Lebensweg. Kaspar Villiger übernimmt 25-jährig gemeinsam mit seinem älteren Bruder die Zigarrenfabrik, erarbeitet sich das ökonomische Rüstzeug, wird Patron am Schweizer Stammsitz. Ein innovativer Familienunternehmer, der höchst erfolgreich neben den Zigarren in eine Fahrradfabrik diversifiziert. Beides fordert in gewissem Sinne die Lungen heraus. Noch wichtiger aber, der Unternehmer Villiger sieht sich unmittelbar mit der Realität des ökonomischen Umfelds und der Bedeutung wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen konfrontiert. Das politisiert ihn. Sein Impuls zum Engagement entfaltet sich im nebenberuflichen Milizprinzip. Ein solches selbstverständliches Bekenntnis zum Einbringen von beruflicher und persönlicher Kompetenz auf den unterschiedlichsten Ebenen staatlicher Organisationen, auch, aber nicht nur des Militärs, ist die eigentliche Betriebswärme der Schweizer Demokratie. Villiger wird zunächst Präsident des Aargauischen Arbeitgeberverbandes und dann als hauptberuflicher Unternehmer, Fabrikant nannte man das damals noch, Milizparlamentarier. Zunächst im Großen Rat des Kantons Luzern und ab 1982 im Eidgenössischen Parlament, dem Nationalrat, wo er sich rasch den Ruf eines Dossierfesten über die Parteigrenzen geschätzten Abgeordneten erwirbt. Schon fünf Jahre später ist er der unangefochtene Anwärter seines Kantons für die kleine Kammer, dem Ständerat. Villiger verstand und versteht sich immer als Unternehmer in der Politik, nicht umgekehrt. Das klingt in deutschen Ohren fast suspekt. Klaus von Donnani hat ja an dieser Stelle auf die Tragik der deutschen Freiheitsgeschichte hingewiesen, in der das Bildungsbürgertum bis heute den Unternehmern, den eigentlichen Vorkämpfern für Handel und wirtschaftliche Freiheit, den Impulsgebern für Fortschritt und Wohlstand mit Skepsis oder geradezu Geringschätzung begegnet. Selbstbewusst charakterisiert dagegen Villiger zu Beginn seiner politischen Tätigkeit, dass, ich zitiere ihn, ein selbstständiger Unternehmer im Allgemeinen über eine erfreuliche politische Unabhängigkeit verfügen, ungestraft seine eigene Berufsorganisation ärgern und sich mehr als andere den Luxus der freien Meinung leisten können. Freisinn eben. Diese Unabhängigkeit ist bei ihm allerdings immer mit der Einsicht verbunden, dass das freiheitliche Wertesystem nur bestehen kann, wenn, ich zitiere, die Mehrheit der Unternehmer im Wesentlichen verantwortlich handelt. Mehrheit im Wesentlichen, so blickt er nüchtern, nicht idealisierend auf die menschliche Natur. Gerade darum bilden Freiheit und Verantwortung ein natürliches, untrennbares Begriffspaar. Als Ordnungspolitiker stehen für ihn vor allem Fragen der Wirtschafts-, Finanz- und Bildungspolitik im Zentrum. Er gehört aber zu den Ordo-Liberalen, denen das schöne Wort vom liberalen Gemeinsinn ohne Zögern und Vorbehalt über die Lippen kommt. Ein hinreichender Wohlstand ist für ihn stets eine Voraussetzung für Freiheit. Ein soziales Netz, unabdingbare Voraussetzung der Markt, einer dem Strukturwandel unterworfenen Marktwirtschaft. Markt und Staat, aber auch Markt und Moral nennt er nicht Antipoden, sondern Komplementaritäten. Es geht also nicht, ich zitiere ihn, um Markt oder Moral und Markt oder Staat, sondern um Markt und Staat und Moral. Im europäischen Schicksalsjahr 1989 befindet sich die Schweiz nach einem erzwungenen Rücktritt im Bundesrat in innenpolitischen Turbulenzen. Schon damals als möglicher Kandidat für das Regierungsamt wird vieliger als ein Politiker porträtiert, dessen Bescheidenheit, Gelassenheit, aber auch Urteilssicherheit gepaart mit dem Sinn für den Kern der Dinge imponiert. Mit seiner Wahl zum 99. Bundesrat kommt schließlich ein liberaler Protestant aus der katholischen Zentralschweiz in die Landesregierung, blockiert damit die Konservativen dieser Region einen Regierungssitz und beendet zugleich die seit 141 Jahren ununterbrochene Präsenz des Kantons Zürich. Fast eine kleine Revolution. Ich bin kein Taktiker. Allerdings glaube ich zu spüren, was politisch machbar ist. So hat er sich selbst charakterisiert. Er ist aber auch kein Pragmatiker. Diesen Begriff haftet orientierungslose Konsenssuche an. Nein, er ist vielmehr ein Praktiker der Politik, der mit klaren Orientierung, mit klarer Orientierung an liberalen Werten seinen Kurs in dieser Zeit der Umbrüche im Griff behält. Persönliche Integrität und Entschlusskraft unterstreicht Villiger auch durch die Tatsache, dass er, der Herzblutunternehmer nach 23 Jahren erfolgreicher Tätigkeit, sich unmittelbar nach der Wahl vollumfänglich und ohne Rückkaufsrecht von seinen Unternehmensanteilen trennt. Der Wert persönlicher Freiheit war ihm wichtiger als das Fortführen einer Familientradition. In der Schweiz werden Ministerien nicht nach Wahlresultaten oder in Koalitionsabsprache vergeben, sondern nach dem Ancienitätsprinzip. Wer schon länger im Amt ist, darf zuerst Wünsche äußern. Villiger erhielt das Militärdepartement, war von 1989 bis 1995 Verteidigungsminister. In dieser Zeit, in der sich die geopolitische Bipolarität militärischer Blöcke in Europa auflöste, rang das Land um seine Identität. Denn kurz nach dem Fall der Berliner Mauer stimmte die Bevölkerung über eine Volksinitiative zur Abschaffung der Armee ab. Für einen Verteidigungsminister eine ziemlich essentielle Sache. Und für das traditionsbewusste Land eine emotionale Erschütterung. In deren Folge wurden weit über die Reform und vollständige sicherheitspolitische Neuausrichtung der Streitkräfte hinaus Themen der staats- und wirtschaftspolitischen Selbstvergewisserung und Öffnung für Villiger zentral. Gerne hätte er damals auch sein Land nicht in die EU, aber in den EWR den Weg gewiesen. Bei dieser legendären Abstimmung unterlag 1993 aber der liberale Mut einer nationalkonservativen Angst um Haaresbreite. Für das Jahr 1995 wurde Villiger turnusgemäß erstmals zum primus inter pares zum Bundespräsidenten gewählt. In einer historischen Rede vor der Vereinigten Bundesversammlung fand er zum 50. Jahrestag des Kriegsendes das richtige Gleichgewicht zwischen dankbarer Erinnerung an die Generation des sogenannten Aktivdienstes und kritischer Hinterfragung mutloser Facetten der Politik während des Zweiten Weltkriegs. Es steht uns als nachgeborenen Deutschen nicht zu, über die Politik der Schweiz in dieser Zeit pauschal zu urteilen oder wohlfeile Kritik zu üben. Aber das Eingeständnis, dass die Schweiz gegenüber Juden, die an der Grenze zurückgewiesen wurden, Schuld auf sich geladen hat und seine im Namen des Bundesrates ausgesprochenen Worte des tiefen Bedauerns und der ehrlichen Entschuldigung wurden nicht nur von der jüdischen Gemeinde der Schweiz mit großer Genugtuung und Dankbarkeit aufgenommen. Er ist ein Mensch, sagte Sigi Feigl, der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde über Villiger und meinte damit, was alle empfanden. Es bedurfte der moralischen Autorität eines Kaspar Villigers nicht nur seine Regierungskollegen von der Notwendigkeit eines solches Schrittes zu überzeugen, sondern auch ein solches Schuldgeständnis öffentlich auszusprechen, ohne damit in einem durch die Diskussion der Geschichte aufgewühlten Land neue Gräben aufzuwerfen. 1995, nach einer neuen Vakanz im Bundesrat, übernahm Villiger, jetzt konnte er wählen, das Finanzdepartement. Hier waren sein ordnungspolitisches Denken, seine unternehmerischen Fähigkeiten, wirtschaftlichen Kenntnisse und sein Kommunikationstalent erst recht gefragt. Stichworte erwähnt seien die Debatte um nachrichtenlose Vermögen auf Schweizer Banken, der erfolgreiche Abschluss eines Zinsbesteuerungsabkommens mit der EU und das notwendige Handeln beim Grounding der Swissair. Doch über die Aufgaben des politischen Alltags hinaus sind es vor allem zwei erfolgreiche Großprojekte, mit denen das liberale Denken und Handeln Villigers bleibende Spuren hinterlassen hat. Mit Villigers Amtsantritt als Finanzminister wurde die finanzielle Sanierung des Bundeshaushalts zur vordringlichsten Aufgabe. Das jährliche strukturelle Defizit bemaß sich damals auf fünf bis neun Milliarden bei Gesamtausgaben von rund 40 Milliarden Franken. Anstatt um einzelne Haushaltstitel im Parlament zu feilschen, suchte er in einem nachhaltigen, liberalen und konzeptionellen Ansatz eine Lösung dieser Schieflage. So gelang es ihm zuerst in langwierigen Verhandlungen mit allen Parteien und wesentlichen Interessengruppen eine bindende Ausgabenbegrenzung festzuschreiben. Mit einem Strauß im voraus definierter alle Interessengruppen gleichermaßen treffender Sanktionen im Falle einer Überschreitung wurde die kohärente Strategie verfolgt, das strukturelle Defizit des Bundes zum Verschwinden zu bringen. Das war so erfolgreich, dass bereits im Jahr 2000 statt des vorgesehenen Fehlbetrags wieder ein Gewinn von 4,5 Milliarden verbucht werden konnte, worauf sich umgehend die Begehrlichkeiten der Politik aller Couleurs, Sie haben es schon angesprochen, ankündigten. Das Schumpeter zugeschriebene Diktum, wonach ein Hund eher ein Wurstlager anlegt als ein demokratisches Parlament spart, schien sich zu bewahrheiten. Dies antizipierend überführte Filiger seine glaubwürdige und erfolgreiche Finanzpolitik in die Erarbeitung, das wurde schon erwähnt, der ersten in der Verfassung festgeschriebenen Schuldenbremse. Das heißt in eine globale Vorgabe, die restriktiv genug ist, um Budgetdisziplin einzufordern und ausreichende Flexibilität aufweist, um auf Konjunkturschwankungen reagieren zu können. Mit anderen Worten, in Zeiten guter Konjunktur müssen zwingend Überschüsse erwirtschaftet werden, damit in schlechten Zeiten auch konjunkturelle Impulse gesetzt werden können. Diese Schuldenbremse wurde, und hier erkennt man die großen Stärken der direkten Demokratie, in einer Volksabstimmung mit überwältigenden 85% Ja-Stimmen angenommen. Was, wie es in einem Kommentar hieß, auch dem letzten Hinterbänkler klar machte, dass es wie früher nicht weitergehen konnte. Seit 2003 wird die Schuldenbremse bei der Budgetierung des Bundes eingesetzt. Dank des inhärenten Mechanismus, dass Defizite getilgt, Überschüsse aber bestehen bleiben, haben seither die Brutterschulden des Bundes um 20% auf 104 Milliarden Franken abgenommen und die Verschuldungsquote sank von 26 auf 16% des BIP. So sieht eine nachhaltige, verantwortungsvolle, eben liberale Finanzpolitik aus. In Anlehnung an das erfolgreiche Modell ist zurzeit übrigens eine Schuldenbremse für die Rentenkasse in der parlamentarischen Beratung. Lars Feld hat das Bonmot schon einmal gebraucht, die Schuldenbremse, die als Erfolgsmodell um die Welt geht. Wer hat sie erfunden? Es wäre aber nicht vielig aus Art, wenn er die Schuldenbremse nicht in ein breites Konzept einer kohärenten Finanzpolitik eingebettet hätte. Das noch größere und komplexere Reformprojekt, das mit seinem Namen verbunden ist, ist die große Föderalismusreform der Schweiz. Die Neugestaltung der Aufgabenteilung und des Finanzausgleichs. Das ist ein Terrain, auf dem man sich wahrlich verirren kann, wenn ein liberaler Kompass fehlt. Das in Villigers Amtszeit in gleichberechtigter Zusammenarbeit von Bund und Kantonen erarbeitete Modell hat aber sein Ziel erreicht. Es hat die seit jenem kühnen Wurf von 1848 spielende föderalistisch wettbewerbliche, das föderalistisch wettbewerbliche Prinzip der Schweiz der Gegenwart angepasst, ohne einer Zentralisierung Vorschub zu leisten. Das Primat der Subsidiarität galt als Richtschnur. Bei der Entflechtung und Neuzuteilung der Aufgaben war die Stoßrichtung klar. Von 31 Verbundaufgaben gingen sechs in die alleinige Verantwortung des Bundes und 15 in die der Kantone über. Innerstaatliche Kompetition um die besten Lösungswege bleibt das Ziel. Hier sei daran erinnert, dass in der Schweiz neben dem Bund auch die Kantone und Gemeinde steuern, nicht nur Unternehmenssteuern, sondern auch Einkommens- und übrigens auch Vermögenssteuern von natürlichen Personen mit lokal unterschiedlichen Steuersätzen erheben. Das ist der politisch autonom gestaltbare Faktor für Standortattraktivität und damit innerstaatlichen Wettbewerb. Gleichzeitig liegt hier die Voraussetzung des fiskalischen Äquivalenzprinzips, das heißt ein von einer Ebene benötigte oder gewünschte Aufgabe wird von dieser entschieden, durchgeführt und auch finanziert. Das sichert Effizienz. Dass das Privileg dieser Freiheit, aber auch Haftung bedeutet, wurde am berühmten Beispiel der Gemeinde Leukerbad deutlich, die Ende der 90er Jahre wegen zu hoher Verschuldung bankrott ging, ohne dass der Kanton als übergeordnete Trägerschaft eingesprungen wäre. Die Gemeinde hat noch heute den höchsten Steuerfuß im Kanton und zahlt ihre Schulden immer noch ab. Eine Erfahrung, die andere vorsichtig werden ließ. Natürlich benötigt auch dieses System einen Finanzausgleich zwischen starken und schwachen Gliedstaaten. Dabei gelang es über die Definierung eines sogenannten Ressourcenpotenzials, also der potenziell fiskalisch ausschöpfbaren Wertschöpfung, ein Maß für die Wirtschaftskraft zu finden, die den Anreiz für Wettbewerb auf einer fairen Basis enthält. Auch dieses Projekt hat im vergangenen Jahrzehnt seine Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit unter Beweis gestellt. Es gilt unter Experten als beispielhaftes wettbewerbliches Föderalismusmodell. Ein Schelm, wer jetzt an ein liberales Europa denkt. Nach 15 Jahren im Bundesrat mit einem zweiten Präsidialjahr, in dem er die Schweiz als 190. Mitgliedsstaat in die Vereinten Nationen führte, trat Villiger 2003 zum Ende der Legislaturperiode von seinem Amt zurück. Kein inszenierter Knalleffekt, keine wahltaktischen Pirouetten, kein selbstgefälliges Ego-Marketing, schrieb die NZZ. Er blieb sich treu und freute sich, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, eben Servir et disparate. Als Pendler zwischen Politik und Wirtschaft kehrte Villiger nach einiger Zeit noch zuletzt zurück. Er wurde Verwaltungsrat bei Swiss Re, Nestle und bei der AG für die Neue Zürcher Zeitung. Übrigens auch diese nicht nur inhaltlich eine besondere Institution des Schweizer Liberalismus. Kein Inhaber darf mehr als ein Prozent des Kapitals besitzen und überhaupt darf nur Aktionär werden, wer sich zumindest schriftlich zur freisinnig-demokratischen Grundhaltung bekennt. Das liberale Bürgertum leistet sich seine Zeit. Mitten in den Turbulenzen der Finanzkrise erreichte Villiger aber nochmals gewissermaßen der Ruf des Vaterlandes. Wiederum war es seine moralische Autorität, ja personifizierte Integrität, die gebraucht wurde, um als Verwaltungsratspräsident einer wegen Maßlosigkeit und Gier knapp dem Konkurs entgangenen UBS den Neuanfang zu sichern und die Bank in ruhigeres Gewässer zu steuern. Wohlwissend um das Risiko und die Gefahr, es hat schon angeklungen, seine persönliche Reputation aufs Spiel zu setzen, übernahm er als Mann für die nationalen Emotionen diese Aufgabe letztlich als staatsbürgerliche Pflicht und erst nachdem er seine Vergütung auf einen Bruchteil des Üblichen heruntergehandelt hatte. Ja, zur Freiheit gehört Mut. Kaspar Villiger hat ihn wiederholt bewiesen. Trotz neuer Unbill gelangen Beruhigung und Turnaround, auch wenn, wie Villiger rückblickend feststellte, er sich noch eine stärkere Veränderung der Unternehmenskultur gewünscht hätte. Bevor er allerdings 2012 den Stab an seinen Nachfolger Axel Weber weiterreichte, ließ eine Aktion die Handschrift Villigers auch in diesem Unternehmen spüren. Aus Anlass ihres Jubiläums begründete die noch kurz zuvor von Staat und Nationalbank gerettete Bank eine mit über 100 Millionen Franken ausgestattete Stiftung zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses von Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Center of Economics in Society, eine Spritze für die Exzellenzforschung mit fünf neuen Lehrstühlen. Auch das ist Orientierung an Werten, an denen des ehrbaren Kaufmanns, der mit einem an Tugenden, auch Dankbarkeit ist eine Tugend, der mit einem an Tugenden ausgerichteten Handeln langfristiges Vertrauen schafft und gleichzeitig zur Innovation und Weiterentwicklung unserer freiheitlichen Gesellschaft beiträgt. Meine Damen und Herren, in Kaspar Villiger ehren wir einen umsichtigen politischen Handwerker, einen tätigen Gärtner im Weinberg der Freiheit, der es verstand, in der Politik seines Landes immer wieder der Freiheit Raum und der Selbstverantwortung Nachdruck zu schaffen. Wir ehren einen politischen Denker, der die empirische Erfahrung des politischen Alltags zu kohärenten Regeln und Thesen verdichtet und liberale Konzepte zur Praxisreife führte. Indem wir ihn ehren, preisen wir auch, was wir hierzulande zu häufig vermissen, das leidenschaftliche Engagement des Unternehmers für die Res Publica nicht um des Vorteils willen, sondern aus der Selbstverständlichkeit des Situation. Danke.